Und ich begrüße euch nochmal zu diesem ganz, ganz besonderen Video und möchte euch erst nochmal Danke sagen für die Zeit bis hierher. Nach dieser ganz großen Detailer-Reihe möchte ich auch wieder mal was an euch zurückgeben. Und ihr seht schon, ich habe hier den aktuellen Favoriten-Detailer am Start. Das ist der Polish Angel Black Wolverineight. Warum Black Wolverineight? Weil er speziell für schwarze Lacke gedacht ist. Und jetzt startet hier ein kleines Gewinnspiel für euch. Das läuft bis zum 10. Oktober. Am 11. Oktober werde ich das Ganze auslosen. Und was könnt ihr gewinnen? Und zwar verlose ich genau zweimal den Polish Angel, aber nicht direkt den Wolverineight. Denn ihr müsst selber schauen, welchen Fahrzeuglack habt ihr und welcher Detailer hier von Polish Angel passt hier zu eurem Lack. Und deswegen blende ich euch hier an der Seite nochmal alle möglichen Varianten ein. Es gibt auch noch eine goldene Version. Die ist universal einsetzbar. Und da könnt ihr euch nochmal euren speziellen Detailer für eure Lackfarbe raussuchen. Schreibt die unten in die Kommentare rein. Lasst auf jeden Fall noch einen Daumen da. Teilt das Video und ihr habt doppelte Chance, wenn ihr bei dem Gewinnspiel auch bei Facebook teilnehmt. Schaut also auch da nochmal vorbei. Und der Polish Angel ja hat im Test 12 von 12 Punkten geholt. Eine super Farbauffrischung gezeigt. Hier an einem weißen Fahrzeug wird der Effekt nicht so extrem krass sein, aber dafür wird die Versiedlung hier genauso gut funktionieren. Und ich habe hier die schwarze Version gerade in der Hand, den Black Wolverineight. Der passt natürlich überhaupt gar nicht hier auf den weißen Lion. Deswegen müsste ich jetzt zum Beispiel zur weißen Variante greifen. Also schaut genau nach und sucht euch euren passenden Detailer raus. Also das Gewinnspiel läuft bis zum 10. Oktober 23 und 59 und am 11. Oktober werde ich dann hier per Zufallsgenerator den Gewinner ziehen. Ich hoffe, das Gewinnspiel macht euch ein bisschen Spaß. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis dahin. Also nehmt auf jeden Fall daran teil und wir sehen uns hier spätestens bei der Auflösung wieder. Haut rein, Leute. Ciao.